und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu und wir sind wieder auf der reise und wollten ja jetzt so ein bisschen die welt hier erkunden jetzt müssen wir mal gucken wo ist denn unsere verkackte karte da ist sie dann werden wir die nämlich mal hier oben hinsetzen dann brauchen wir nicht mehr da sind wir und da oben military base und berrywood und kompletten blick er fiest wieder für dann gehen wir jetzt einfach mal links rum und gucken mal wie weit wir hier kommen aber wir sollten uns vielleicht erst mal ein bisschen ausrüsten so nehmen wir erst was so genau dann haben wir noch im verband ein bisschen aufrüsten was haben wir noch wasser 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 kann man hier unten auffüllen ok hätten wir auch und was zu essen haben wir vielleicht super wir haben suppe so dann werden wo ist unser dill so wenn wir jetzt erst mal ins wasser gehen und das mal eben so ein bisschen auffüllen okay das hätten wir geschafft so wir sind auf jeden fall ganz gut ausgerüstet jetzt werden wir erst mal hier die spacken platt kloppen dann wollen wir sehen dass wir die stadt für uns einnehmen und dann weiter ziehen dass wir die karte mal so ein bisschen erkunden ok das funktioniert aber dann werden wir schauen jetzt hier dass wir heute nicht weil hier sind für das letzte mal glaube ich gestorben in der stadt da haben uns die idioten überrannt komm jetzt genau komm jetzt komm jetzt komm du auch okidoki jetzt müssen wir hier auf jeden fall noch mal aufpassen weil hier war auch irgendwie so ein idiot noch um die ecke glaube ich nicht wirklich aber da hinten ist er hey eierkopf komm besser matsche was liegt denn da eine säge ok nehmen wir mal mit gut können wir nicht kaputt machen da haben wir noch ein brett dann können wir vielleicht mal ein bisschen kraften wäre ja auch nicht so schlecht ne skills was haben wir denn 142 punkte so das sind 42 haben wir noch zack so dann haben wir noch zwölf stück kraften kraften können wir da irgendwas machen im moment glaube ich ich denke er einmal so so da können wir sticks machen wie geil ist das denn so da haben wir schon mal sticks ich weiß zwar nicht was man damit machen könnte einen wooden stick da können wir auf jeden fall dann auch noch ein bisschen was mit machen da könnten wir uns bestimmt was schönes noch ausbauen aber das machen wir das werden wir dann noch machen so auf jeden fall mal schon ein paar sticks gemacht mit dem metall kann bestimmt auch noch was machen also ich wollte mir das auf jeden fall noch mal angucken was man hier alles machen kann ah da können wir selber nägel raus machen cool aha 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 wenn ich das dabei tue haben wir einen splint ja wie geil ist das denn gut dann können wir wissen wir schon so ein paar sachen machen ich glaube auch dass wir uns sag mal schnell selber was zu trinken und so herstellen können wow hey chef koch so den hauen wir jetzt erstmal vor die rübe hauen so mein freund oh da kommen direkt zwei mal gucken wer ist denn zuerst bei uns so mein freund so geht das nicht ne da kann ja jeder kommen oh wir sind schon mal bei der werkstatt haha meine freunde der nacht so okay komm mal her mein freund komm mal her ich hau dir einen auf die rübe klatsch so eine pistole wollte ich eigentlich nicht mitnehmen aber das nehmen wir mit bandage können wir immer gebrauchen eine barette aha und das ist eine auch eine ne die will ich ja gar nicht die können wir behalten die kacka jetzt werden wir erstmal gucken dass wir hier alles ausmerzen so was gibt es denn hier noch feine die klappe spasti oh da haben wir wieder adrenalin und pili was sorry no space kommt kinos was soll denn der kack ja komm wisst ihr was äh nägel brauchen wir im moment sowieso nicht aber die tabletten können wir gut gebrauchen oh was ist denn das da Taschlampe eine feierachst so was haben wir denn hier alles feines drin Milch Baseballschläger die karte die utzi sleeping bag okay da könnte man mit abstellen die mosen warte mal die lassen wir hier ich stehe sowieso nicht so auf Schusswaffen weil ist alles viel zu laut ah da ist noch einer komm mal hier mein Freund du auch mein Freund komm so da oh hab ich mir doch gedacht dass da wieder jemand kommt das ist auch noch einer ja komm mal hier Doktor bam hab ich dir voll vor die Fresse gehauen Vitamine ja wir müssen auf jeden Fall hier was loswerden ja die Handsäger die tun wir jetzt auch erstmal weg Vitamine sind wichtiger oh was ist oh 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 warte mal Kinders wir können erstmal was trinken so Und dann nehmen wir uns das hier mit. Tuck. Was haben wir hier? Close. Das können wir nicht mitnehmen. Was können wir? Da können wir bestimmt auch noch was rausmachen. Umdruck, wir müssen mal eben schauen. Mhm, mhm. Droppi, drop. Droppi, drop. So. Kraftig. Close. Ja. Und dann vielleicht noch die Sticks dabei. Mal gucken, was da rauskommt. Nee, da kommt gar nichts raus. Äh, sorry. Das gibt's nicht. Da geht nix. Mhm, mhm. Können wir hier was mitmachen? Jo, das geht auch. Wie geil ist das denn? Okay, da können wir irgendwie so gar nichts mitmachen. Ah, da kommt er. Hallo. So. Mitten in die Fresse rein. Moldi Korn. Kannst du dir in den Hintern schieben. So, Moldi Milk. Granola Candy Bar. Ja, was zu essen könnten wir gebrauchen, ne? Tun wir den jetzt weg oder tun wir den nicht weg? Wir tun das weg erstmal. So, weg. So. Dann haben wir nämlich schon mal was zu futtern. Und dann geht es hier weiter. Was haben wir denn hier Feines? Ne, brauchen wir nicht. Lala. Ja, wo ist er denn? Ah, da ist er. Komm mal her. Duschen. Du hast uns gestört. Water und Canty. Boom. Können wir nicht mehr mitnehmen. Okay. Dann haben wir aber gleich so weit hier alles durch. Hier waren wir auch schon drin. Müssen wir nur nach vorne flitzen. Hallo, Mann. So. Oh, da haben wir die Waffe wieder. Mit einem Poncho. Und einem Muni. Und nochmal Muni. Brauchen wir nicht. Messer. Dann können wir bestimmt noch nach oben zappeln. Aber noch so ein Ding brauche ich nicht. Okay. Es geht weiter. So, wir müssen jetzt hier rauf. Gucken wir mal. Was haben wir hier noch drin? Aha. Okay, wir sollten vielleicht unsere Waffe mal in die Hand nehmen. Besser ist das. Oh, Axt. Cool. Und da haben wir... Scrap-Mittel. Ah, da ist Zombie. Oh, scheiße. Da sind direkt zwei. Am Blick. Oh, drei. Komm her. Komm. Komm. So, und erledigt. So, dann glaube ich sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Wenn wir mal einfach hier hoch flitzen. Was haben wir dabei? So, wo müssen wir hin? Wir sollten jetzt links rum. Hier. So, da gucken wir mal was. Ach, das ist ein Schwein oder was da hinten rum flitzt? Wir sind, glaube ich, jetzt auf dem richtigen Weg. Erstmal wieder Waffe oder hier. Ja, wir sind richtig. Wir sind richtig. So, dann können wir nochmal ein Düsel-Düsel-Düsel-Düsel machen. Und dann werden wir jetzt mal die Farben da überfallen. Vielleicht kriegen wir ja ein Auto. Okay. So, gucken wir mal. Ja, wir sind gut. Oh, da sind ganz viele. Hier müssen wir aufpassen. Die hängen wieder in den Büschel, die Spackos. Ja, komm mal her. Komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Boah. So. Okay, supi geil. Was haben wir denn hier? Ach, eine Tasse. Nägel. Ah. So. So geht das ja nicht, ne? Ihr könnt ja nicht einfach hier kommen, ne? Oh, was ist denn da drin? Swift Magazine. Ja, super. Braucht keine Sau. Wir gucken jetzt erstmal außen rum. Bevor wir hier wieder überrascht werden. Ah, da kommt einer. Hallo. Hilfe. So. Dido. Dido. Magazin. Wir brauchen schon Magazine. Nein, ich will keine Magazine. Wir wollen doch nicht rumschießen hier. So was tun wir nicht. So, der ist tot. Okay. 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 Ja, gut. Da können wir uns anpflanzen. Waschmaschinen hier steht über eine Waschmaschine im Haus, ne? Da gibt es gar nicht. Was haben wir denn da? Double Barrel. Wow. Nicht schlecht, aber die wollen wir gar nicht. Hey Spacko, komm mal her. Klatsch. So, hier gab es gar nicht. So, hier gab es sonst nix. Die haben wir alle ausgerottet. Geile Kiste. Entschuldigung. Da bleibt mir selbst die Spucke weg. Ein Prozent Sprit. Da kommen wir aber nicht wirklich weit mit, ne? Okay, dann flitzen wir erst mal so weit, wie wir kommen, flitzen wir jetzt mit dem Auto. Boah, Wahnsinn. So weit? Boah, Wahnsinn. Ey, das ist ja der Hammer. Äh, nee. Ich darf es keinem erzählen. Okay, egal. Wir flitzen weiter. Wir werden jetzt mal schön die Karte hier entlang flitzen. und dann gucken, dass wir so das ein oder andere noch uns einheimsen. Wo sind wir denn überhaupt? Okay, gleich kommt links irgendwas. Ah, da vorne ist schon ein Freund auf der Straße. Hey, mein Freund. Ja, komm her zu Papa. Komm zu Papa. Komm. Pum. Genau, da ist die nächste Farm. Mh, mh. Komm, geht hier. Ist aber gar kein Weg drauf, dass es... Hä? Okay, wir werden die Farmer eben einnehmen. Attacke! Bäm! So. Vielleicht gibt es ja hier noch was Schneckeres für uns. Wow! Ey, die greifen von hinten an. Boah, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ah, da komm her, du kleine Pespazelle. Wow, da hat er uns ein verplättet und ich hab's nicht mitbekommen. So, die nehmen wir uns mit. Schwubbidi bub. Oh, da ist ja noch was. Wow, ich glaube es nicht. Kettensägen-Massaker. Ja, drop, weg damit. Ich glaube es nicht. Okay, wir sollten vielleicht mal was trinken. Und dann... Nee, ne? Wir haben eine Kettensäge. Ich glaube es gar nicht. Kettensägen-Massaker! Ja! Wie geil ist das denn? Ey, das ist ja wohl mal voll der Hammer. Ey, wir haben eine Motorsäge. Hm? Was liegt da hinten? Ach, Pfeile. Nee, brauchen wir nicht. Wie geil! Ich schmeiß mich ins Essen. Aber wir laufen jetzt erstmal zurück zu unserem Auto. Ah, da hinten ist noch so ein Aussichtsturm. Da könnten wir vielleicht auch noch hin. Wo ist denn unser Auto abgeblieben? Weil wir haben ja jetzt Spritz. Da hinten steht er. Ich sehe ihn schon. Na, da ist nichts. Da können wir jetzt nicht groß hin. Ne, das ist doch mal eine geile Aktion. Wartet mal, Kinas. Äh, was haben wir denn hier? Gendin. Wir brauchen mal zu essen. Ich habe Hunger. Ah, hier. Equip. Ne, das ist ja wohl mal der Hammer hier echt. Jetzt haben wir eine Motor. Kettensägen-Massaker in Unturned. Yeah! So, jetzt gehen wir zu unserem Auto zurück. Und dann würde ich sagen, dann beende ich auch die heutige Folge an dieser Stelle. Äh. Ja, ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Vielleicht fahren wir noch ein Stückchen nach vorne, dass wir hier von der Farm weg sind. So. Wo ist er denn? So. Wo ist er denn? Equip. Und Enter. 25%. Wow, Hilfe! Dann könnten wir uns rein theoretisch das Ding nochmal auffüllen und dann den Tank richtig voll machen. So, genau das werden wir auch tun. So, wir werden mal unseren Basie wieder nehmen. Und dann werden wir uns nämlich dann noch ein bisschen Sprit hier holen. Fahren wir hier rüber und holen uns noch ein bisschen Sprit. Und werden dann durch die Gegend fahren. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!